hallo ist beide getroffen, easy. Oh das dritte, nein, auch kacke und von hinten. Legend Man, wir gewinnen heute 13 zu 0, vielen Dank fürs Einteilen, heute ist wieder Valorantime mit Suckick Suck und Lettel Suck. Hallo, ja, äh, was habt ihr jetzt für Fähigkeiten? Du hast auch grad nachgeguckt. Punkt 1, Punkt 2, jetzt machst du noch gar keine bis auf deine E. Ja, das ist ja meine Kamera. Ja, genau. Die kannst du irgendwo platzieren und wenn dir einer kaputt gemacht wird, hat 45 Sekunden Cooldown. Ja. Und ja, das wurde vor 30, das haben die hoch, das haben die genervt auf 40, äh, 45. Okay. Und damit herzlich willkommen. Hä, aber ich dachte, ähm, das ist dann wie bei, äh, warte mal, wie bei, wie bei Jet oder sowas, dass du dann, äh, erstmal wieder Kills machen musst oder sowas. Ne, bei Cypher ist das, äh, auf, cool, ist cool auch. Ach so. Okay, bei A. Bin aufm Weg. Okay. Bleib erstmal noch da. Oh. Nicht optimal gut ist von mir. Ich komm von hinten. Wie echt. Äh, hast du die Ohm, die Rauchwurm von oben platziert hier? Ne, also ich hab auf B, also Mitte hab ich gemacht. Bei dem auch nur Ohm. Ich bin tot. Bei A sind zwei. Omen und Phoenix war das, glaub ich. Äh, Sage auf jeden Fall. Omen ist tot. Omen hab ich. Sage ist auf jeden Fall noch da. Ja. Planned. Äh, plant. Ja. Treff mal Fede, glaub ich. Spike platziert. Komm von hinten. Sage hab ich. Nice. Phoenix ist in der Ecke unten. Hab ich. Diffuse. Na, mach mal. Easy. Ist durch. Er ist durch. Er ist AFK. Nein, er ist in der erste Runde schon in AFK. Breach, Breach. Hab mir aus deinem Arm für meinen Stolpertraten im Servo genommen. Nicht böse sein. Was? So, wir hatten halt noch nie ein Cypher und Breach in einer Runde. Deswegen erstmal so ne Diskussion. Okay, krass. Schön. Ich glaub, das wird auf jeden Fall ein gutes Match. Möglich. Kuckuck. Ich seh über dir. Ich seh. Ich smoke da. Insofern kann ich mir meinen Punkt gönnen. Du müsst aber mit oder A sein. Die ganze viele A, ja. Ah, einer, einer Mitte. In der Mitte. Oh, ich muss mal die Raze. Nichts, ich muss mich nicht. Überliebt das Sven. Bitte. Ein Gegner übrig. Ich hab zwei geholt, aber ich hab zwei. Sveni! Sveni! Er stehlt mir meinen. Alter ey. Huuu. Dann ist mir da. Hahahaha. 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 Bisschen toller. Hahahaha. 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 Oh, komm doch mal B. Ich hab keinen Spot, womit die in der ersten Runde nie rechnen. Aber hier ist jetzt wirklich eigentlich nie jemand. Hab ich noch nie erlebt. Außer ich. Nö, ich auch nicht. Wenn du das sagst, heißt das auf jeden Fall was. Ich bin mir gerade überlegen, könnte man da nicht. Okay, weil ich Versachhaus probieren. Ich glaub ich muss noch mal mit Tenchi ein bisschen eigene Spiele spielen. In seiner Raze. Und bisher ist das glaub ich ganz gut. Aber die haben natürlich immer... Ich bin nicht hochgekommen. Nö, ich bin nicht hochgekommen. Oh man, du setzt da nur eine Ulti ein? Okay. Ja, auf B. Okay. Ja. Okay, 5 gegen Omen. Easy. Der nutzt uns jetzt so hops, Alter. Ja, dann mach ne A's, ja. Ne, wir haben Sven. nehmen wir machen es ging es mit hallo ich mag gefühl wieder gar nichts alter ich kaufe für den operator schmeißen wo hin da wäre ich mit zufrieden also mal ich will ja nicht kaufe bitte nicht hier gucken ob ihr race mir kauft das guter spot und dann halt darum die ecke wasser ja die genähter witte also ich so was mit der die sie bringt aber jetzt bitte so gehen noch mal auf ich bin scheiß phoenix nicht da und es ist zum kotzen ich habe geblendet ich schießt ihn eigentlich nur zwei mann oberkörper das alles hier ist phoenix nein der typ geht nicht down ich habe ihn auch 78 gemacht na nice Sven ist keine mitte aber aber das spot von der cam ist nice Sven mitte ja das ist egal da kannst du jetzt so hinpacen schade rechts also nein da links und dann rechts ich der letzte ja ja was kannst du in der kamera natürlich die werden abblenden die ja die sie haben schon geplantet schade schon lange aber wir sind ok damit kreiber zu beobachten das ist nicht so laut das ist nicht so laut zu tun kann mir das jemand kaufen Dankeschön warum kaufst du mir immer? Achso jetzt wollte ich mal jetzt! Danke Sven! Danke Sven! Bitte? warum kaufst du mir immer? Erstmal, erst mal, erst mal, ja nicht blöden ja ich meine aber eigentlich kommen der 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 race könnte man kaufen der noch drei krisen aber das letzte hat er weiß nicht viel spiel sowie 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 zwei hat jetzt auch nur noch null mit oder das ist oder was aber ja du solltest du solltest nicht so offensichtlich stehe wenn du in der cam bist du kannst trotzdem getötet werden ich habe hat gemacht hat sogar nach drei stehen drei stück Das war der vierte. Die anderen drei müssen A sein. Genau. Und ab da schleichen. Nein, 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 nein. Genau. Rutspringen hören die nämlich halt den Step. Schade. Da war Timing. Du bist noch nicht fertig. Einer war halt oben. Wird aber knapp. War GG. Schade. What? Angeblich mache ich schon wieder nur zwei coolen Oberkörper, wo ich nur seinen Kopf treffen kann. Es ist zum Kotzen mit der Hitbox. Ja, die ist gesafen. Schade. Schade. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hast du das auch, oder habt ihr das auch, wenn ihr nur Kopf treffen könnt, dass du trotzdem Oberkörper teilweise trefft? Einfach nur? Keine Ahnung, das Gefühl hatte ich noch nie, dass das irgendwie falsches Gefühl ist. Quasi. Wow, mir wird nichts gekauft. Dir hat keiner Geld. Keiner hat Geld sein. Wow. Kaufe. Kaufe dir einfach die Bulldog. Du hast genug Geld, um dir eine Bulldog oder sowas zu kaufen. Kaufe dir das. Besser als eine Pistole. Kaufe. Kaufe ist der geil. Was sind die an ihren... Ah, so geil. Sind die wieder bearst? Kaufe. Und Mitte. Ja, Mitte. Hör ich auf jeden Fall auf aus. Sven? Ja? Stinger, wenn du damit im Visier bist, ne? Dann bürste die. Aua. Geil. Gut zu wissen. Ah, Leute. Beide getroffen. Easy. Oh, das dritte. Nein. Och, kacke. Und von hinten. Okay. Wir sind noch zwei Mitte. Links und rechts. Rechts ist der nächste. Warte. Warte noch kurz. Was noch kurz. Ich bin noch gleich da. Gegner entdeckt. So. Alle, alle Mittel. Ein Gegner übrig. Race hat mir beauft. Du müsste B sein oder da. Noch 30 Sekunden. B plant. Ich brauche umdrehen zu. Ja, das stimmt die Waffe. Kannst du auch tauschen mit F. Ah, ja. Und dann, äh. Nein, andersrum. Dahin und dann von da aus. X. Ja, genau. und dann versucht ihn und dann von daraus meistens sind hinten rechts meistens sind hier da im Garten rechts rechts lang nice man ist auch nicht mehr so krass verlammsam durch das Ding das wurde auch untergemacht? ja, du bist, vorher wurde es um 65% verlammsam, wenn du in deiner Pfütze warst und jetzt 50 so, letztes Mal, dass ich kaufen kann, also entweder sterbe ich diese Runde nicht oder wir gewinnen oder beides, im besten Fall ja, aber ich finde 50% ist auch schon sehr krass langsam ja, also das finde ich zum Beispiel nicht so krass ich meine, Valorant an für sich ist ja schon nicht so schnell und dann Ulti ist immer noch 7, krass vom Ding her und dann auch noch 65% verlangsam ich glaube, das haben wir ja noch nicht wette nein der Dings hat mich geblockt der Breach da steht er nein, Odin das ist die Odin die Odin ist viel zu krass scheiße ich kann nicht kaufen das ist die Odin du bereit mein Hübscher ich nehme ich nehme ich habe 1300 aber kann ich auch noch das Dinger kaufen Eiko Eiko sonst kauft sie doch einfach die Spectre nee, ich will schon sparen, damit ich nicht so wieder richtig kaufen kann sonst kann ich dir so nicht so auch wieder nicht richtig kaufen hab ich doch nicht überlebt ich weiß ich ja, das tue ich ja nicht mitte ich will ja mit der krassen Odin oder was nicht mit meinem Piff Piff woher wei- komme man Achtung Sven diffusiv der scheiß Omen der scheiß Omen gegner gesichtet bei gesunden an der anode geht in Deckung alter Racket mehr frei Janek aufpassen okay danke für die empfung Janek ist schon tot gewesen mit dir mit achso du standst halt direkt neben mir gefahren du sagst du kauf dir was ich weiß schon warum ich nichts kaufe nein nein kann ich deine aussage melden dafür dass du sagt dass das fanatic krass ist finde ich ist krass ich habe gesagt dass ich eine krasse team benannt mehr habe ich nicht also dass die erwartung dadurch höher ist weil er sich das tut schon weh ich sag's schon mvp das tut schon weh das ist okay das die noch laufen noch mal nerven nicht ich will auch wenn man zu spielen hat das ist noch der kommt unterwegs die schatten bewegten sich zwar nach oben rechts er ist er ist ja eher rechts wenn er was ist was ist mit dem sagt ja nicht fertig war ok auf auf den seil dinger glaube ich ich habe nur welche seite klicken gehört die schulen sagst du oben rechtsfenster unten links kanalisation ich warte erstmal bis odin da land auf ja odin ist kanalisation des links ist jetzt auch noch rechts der odin ich glaube ich glaube die müssen jetzt denken die planten deswegen ja es kann jemand dankeschön hast du selbst für dich gekauft ja ja hier 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 nimmt doch nimm doch nimm die es wenn spät ihm mein gott muss immer für dich selbst kaufen und dann für andere ist das so wenn ich komm morgen vorbei schlag dich besser ist es oh oh odin hier ich hau schnell ab ist das so krass oder was odin hatte ich gerade auch weggefickt wie ein weiners Mann ne ich krieg die odin nicht weg mann es ist zum kotzen eine kugel geht dann geht mich nur in den kopf und dann drückt mir 6 herr 5 wenn wo die omen ist aufs buch welchen spot a oder b b wo Sven ist ja alter ja odin muss so was von genervt werden odin muss genervt werden die war vorher schon was aber jetzt oh ich hab verkackt so was für scheiße von mir da kommt gleich das nächste ticket hin odin muss genervt er genervt werden bringt mich in die schusslinie ja wir müssen eigentlich versuchen den race zu meiden irgendwie ich hoffe keine wende ich komme in das dinge die so ich habe mir spektrum geholt das dinger komme ich nicht auf klar ich schieße mir zu schnell naja aber ich will nicht richtig kaufen weil keiner von ich kann richtig kaufen nenne ich schon klar aber die stinger schießt mir zu schnell und die wand hier ist auch weiter im gesetz und sich gerade und unser katnobler die echos hatten sich nicht hat es sich die scheiß pistol gut shotgun mitte ja schon zum zweiten mal ich habe meine ulti übrigens sowie der sci-fi ebenfalls in die race da kommen wir den gegen ja auch von die race ja ich habe schon mal ein bisschen was getroffen ich glaube dagegen ob ihn da und ob ihn da und die so war in der mitte was wenn das gesehen nein man phoenix ebenfalls in der mitte und es steht bei b links in der ecke wenn ihn ja nicht wenn du das gebäude da rein ist direkt links in der mitte ja was hat er doch alles für feile ein schockfeil ist das ich glaube er kann aufklären machen so farnein so farne auch nur und die knallt sich durch die ganze welt ja das wusste ich wohl aber schade die folgenden ja aus dem kam ja mich aber die ja das ist richtig mach doch noch mal selbst waren doch nur zwei schilder es war zu viel so wie jetzt ist ja egal ok ja oder dass ich töten ich hätte einfach weglaufen müssen vor allem mal guckt ihr die andere richtung und von rechts kommt gleich an und vor dem wechsel als gar vor gas ich sag schon mal gegeben ich spiele alles diesmal ich spiele odin komm hast du das geld dafür das ist aber frech ich kann den gross kaufen ich will dich an vorder dankeschön ich kann auch ich kann doch noch nicht kaufen ich möchte ich nicht weg und unterwegs ich weiß ob ich würde ja mit der mitte auch wenn ich nicht bei der andere seite nehmen es werden wollen dass man macht golderegel immer macht so lange etwas bis es nicht mehr klappt leck mich doch am arsch immer diese kack mit der sofa fliegt dann mit seinem ding durch die gegend glaube ich nein nicht weg odin nicht weg odin dead dead on dead on einmal den easy report ok ok kreis weit äh betrügen die genau danke seitenwechsel du räudiger sohn einer whatever alter meiner kanze die rolle ist ja also ich hab doch gesagt easy aber wenn ich wieder bieten das ist natürlich sie ist aber er wusste gar nicht dass ich da in dem raum war die ganze nach links oben ins fenster und auf einmal voll auf mich und ich habe keinen einzigen step gemacht und für sowas hätte ich ganz gerne ich ein kino modus in dem spiel das war nachvollziehen kann warum die kommen dagegen gepusht die typische verhalten halt natürlich noch damals morgen mache das warum willst du mich nicht verlaufen wenn es ist aber es war vertraut einmal sind teammates oder nicht nur so hatten wir alle der war da genau dann rechts zumindest gerade letzter leben der spieler ein gegner übrig du hast gut gekämpft noch dreißig sekunden nice try ich werde die folge auf jeden fall so oder so weil die comedy gut da ist da hat er hat er hat er hat so in der Hand oder nicht? Weil man hat Messer. Jetzt hab ich die Geh. Hier ist aber meine Waffe. Hier Dings kommt. Ja, alles klar, okay. Für nichts besseres Spiel der Welt. Äh, Dings kommt. 74. Zwei Stück. Ne, einer. Egal. Naja. Zwei? Doch, zwei. Oh, mir ist auch schon auf der anderen Seite. Naja. Boah, ich kann nicht mehr ansagen, du bist der Einzige. Ach so. Er sagt doch ruhig laut. Ist okay. Also von Dings kann auch gleich was werden, ne? Ja? Ja. Oder? Durch die Kanalisation? Ne, doch nicht mehr. Nicht? Doch. Doch. Wollte ich schon sagen, weil Ray's so nah dran war. Du bist gepusht? Nice. Das ist so ein Tier, ne? Ist so. Nicht reinmachen. Du kannst davon auch sterben. Einfach rein. Deine Teammates können dich damit auch tun. Ich verstehe auch sowieso nicht, warum der Ray's den Zweig nicht mitgenommen hat. Der Idiot. Der Idiot. Der hat mich verkackt. Erstmal so vermilden. Für, äh, fremd. Für, so, äh, für Beleidigung. Hä? Äh? Ja, weil er gedeppt, äh, hier, hier, gedebackt hat. T-Wex. Ja, aber es ist... T-Wex. 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 und zwei oben und wir hatten es ja mal da habe ich geschrieben und da durfte ich nicht schreiben das weggeschränkt wird und wenn sie hat zu diesem ja er sieht mich ohne dass ich ihn sehen okay das leben ist fair jetzt auf jeden fall ein teammate oder du läufst einfach außen rum oben rüber naja war vielleicht nicht ganz gut die kaputt zu schießen um sie abzulenken ja ein gegner übrig er kann bleiben noch 30 sekunden links entgegen ich guge ein fenster obwohl ich gucke in die fenster das ist ein bisschen doof kapitel episches eisenhündchen wie solche kleinen kinder alter war so eine rechtheit um sven zu erschrecken ich wollte testen ok oben links naja Sven jetzt heißt es so wirst du im rank match oben links oder was ok bei mir oh ich muss gar nachladen ok bei mir The Guardian hat der ok krass wasseres kann nur die kaufen besser if wohl ich auch gerade hat eine ODI kaufen auf Pekete ich habe gerade eben auf Kopf einfach unter 60 Misch gemacht der das tut ein bisschen weh Prozent Rechstliger Antimates es macht dann gehen um Prozent die Mitte welcher ist wurde bei und wo ich muss auch nicht mit dem Mann mit mir muss okay ich merke dann mal ja der typ hat mich schon wieder dauernd links klappe zu ja brechtiger das schockt mich doch mit du dumm dödel findet einer rechts noch und einer links und von hinten kommt einer links sehe ich nicht viel von links halt da war der phoenix deshalb wurde ja kommt der phoenix gibt mir wieder eine coole ich habe nur 146 der mensch gemacht dass sie noch vier haben zu den jeder kommt hin oben durch fenster also müsste beim fenster kommen jetzt erleben der spieler er schießt einfach perfekt durch den rauch auf dein köpfchen ohne dass man ihn sieht ich bin noch mal ich bin dabei das hat auch bei auf europa wechsel von den servern hat man auch im gefühl geholfen zweimal zu machen ja noch zweimal hatte ich noch einen tag war glaube ich egal aber vom gefühl was gut das ist richtig was vom gefühl her gut ist das ist wichtig ich müsste auch die tage heute ist mittwoch richtig ja genau kronen weiß schon gleich welcher wochentag ist nächste woche weiß es wieder sven weiß es morgen auf jeden fall ich hab nicht den ganzen tag jo soll ich meine ulti ich mach mal eine ulti einfach mal ne hoffentlich geht die nicht in die hose sorry sag ich dir schon mal naja ist auf jeden fall was ab hast du schon mal gelohnt oben müsste noch einer sein beim fenster pass auf oben als ob der das steht doch ja das dafür haben wir ihn ja reportet einer nach oben ja ist ein phoenix ähm alles gut kein stress ne 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 das 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 nein aufspot der defused rechts hinten links hinten links hinten links auf ja kaum phoenix natürlich jetzt posten denn ich höre deine steps immer noch nicht obwohl du noch mal läuft ja mal spiel aus ja wenn ich das spiel noch lauter macht dann krieg ich noch mehr Kopfschmerzen ja dann mal bomben schärfen leise das geht ja nicht und wenn ich bomben schärfen leise bomben schärfen leise mache dann höre ich ja nicht mehr wenn jemand defused bei bis bei 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 da bei bei Die Schatten bewegen sich. Wahrscheinlich hinter uns bohren. Wow! Weißt, man läuft, man piekt ein Millisekunde um die Ecke, man ist direkt hoch, weil... Keine Ahnung. Er war schon im Schießen, das war halt das größte Glück aller Zeit. Der hat aber einen Lucky Schritt gesetzt. Das ist die Operator. Ich wollte gerade GG schreiben. Ich kann eine halbe Shorty kaufen. Ich habe eine Shorty gekauft. Folgt dem Satz. Sven hat einfach schon mehr Graffiti als ich. Echt? Ich habe nämlich nur die Standarddinge. Oh. Aber liegt auch daran, dass ich mich umgestellt habe. Warte, warte. Warte, warte! Nein! Ich bin hier der Fall. Ich bin hier der Fall. Ich bin hier der Fall. Warte. Und der Fall ist der Fall. Drei. Und der Fall ist schon ein Attacker, Sonja. dachte du auf hinten, Sven. Okay. Sofa ist irgendwie hinten rechts in der Ecke oder sowas. Nö. Nein, ich krieg nicht. Hab ich weggesmoked? Nice. Äh, ja, der ist jetzt an. Och, man. Oh, come on. Sven. GB. Schleichen, schleichen. Kein Stress. Ah. GGWP, sag ich mal. GGWP. Ja. Verteidiger gewinnen. Oh, ist ja toll zum GG-Schrank. Ah, Leute. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Mehr kurz wieder Salzig. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Feiße AG. 22! Uh, na. What you saying? It ain't nothing but heart-wracking dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you are not the same. This is so far from the game. What you saying? It ain't nothing but heart-wracking dedication. Quit complaining. Look at my life. How well are you Rita-Voehra,ben every day. Vielen Dank.